Musik Babsi, wieso hast denn du deine Haumherrin noch auf? Weil es kaum Friseer zur Zeit gibt, was glaubst du denn, Miri, ausschau? Wenn Bettina Mittendorfer und ich mit unserem Programm Mensch sein, zu ihnen kommen würden, würden sie folgendes hören. Musik Aus der Rumpelhanni Drum beim Madlbreikeller gibt's an heißen Tagen viel zu tun. Denn drüben in der Au ist Jakobiduit und der erste Sonntag bringt schon eine Menge Gäste zum Mittag, sodass die Wirtsstuben dicht besetzt sind. Da geht's zu in der Küche. Ein Kochen und Braten, Werken und Blären, Klopfen und Hacken. Die Wirtin befiehlt, die Frieda grantelt, die Hanne läuft und schwitzt und die Hausmarkt klappert und rasselt mit dem Geschirr, dass man kaum das Rufe und das Schreien der Keinerinnen und der Tochter vom Buffet her versteht. Drei Leber, ein Nockerl-Supp, zwei Fleisch mit Kohlrabi, ein Nieren, ein Brust, ein Schloßbraun, Gräste, Kartoffe und Gurkensalat. Das Fräulein Bertha wiederholt diese Bestellungen. Drei Leber, ein Nockerl-Supp, zwei Fleisch mit Kohlrabi, ein Nieren, ein Brust, ein Schloßbraun, Gräste, Kartoffe und Gurkensalat. Die Frieda gibt sie an die Wirtin weiter und diese ruft, Hanne, ein Nockerl und drei Lebersuppen kriegt aus wie Mare. Ein Schloß, ein Nieren, ein Brustbraun herrichten. Zwei Kohlrabi, ein Gurkensalat und ein Kartoffelsalat hin. Und ich krieg ein Rindsbraun mit Ganzen, zwei Schweinskarren mit Gemischten. Und ein Hackbraun mit Antibie, Frau Matl, ruft die Lina. Und für den Herrn Amtsrichter ein Schweinsbraun aufheben. Der Herr Rat ist auch noch nicht da. Seine Gefühle Brust will ich nicht hergeben. An Antibie habe ich gesagt, zum Hackbraun. Habt ihr den Herrn Kommissär seine Bräne Haxen schon reserviert? Ja, ja, der wird schon grün sein ewige Haxen. Frau Matl, schreibst bitte schön auf, ein Kommissär seine Haxen, ein Rat sein Brust, dann antritt er sein Schweinsbraun. Und den Stationsmeister seinen Kopf bis um einen Bocher, erinnert die Tochter in dem Augenblick. Wenn der seinen Kopf nicht kriegt, dann macht er einen Krach und was für einen. Herr Schaft, den hätte ich jetzt bald vergessen. Hane, geschwind, ein Stationsmeister seinen Kolbskopf auslösen. Und ein Kommissär seine Haxen in eine Däger rein. Können seinen Rat sein Gefühle Brust auch gleich dazu da und den Schweinen vom Amtsrichter. Also, das machen Sie alles mit dem Auf